Er galt als einer der Pioniere der elektronischen Musik. Der griechische Musiker Vangelis mit bürgerlichem Namen Evangolas Papathanasiu ist tot. Das berichten Medien unter Berufung auf seinen Anwalt. Danach starb der Komponist bereits am Dienstag im Alter von 79 Jahren. Weltweit bekannt wurde Vangelis durch seine Kompositionen für die Filme Chariots of Fire, Blade Runner und Conquest of Paradise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017